Wusstet ihr, dass es mehrere Studien gibt, die untersuchen, wie eure Emoji-Nutzung mit eurer Persönlichkeit zusammenhängt? Und damit meine ich nicht dieses Buzzfeed-Quiz, was es wirklich gibt, sondern wissenschaftliche Studien. Ich werde in diesem Video erklären, was laut der Forschung Emojis über euch aussagen können und was eure Lieblings-Emojis potenziell über eure Persönlichkeit verraten. Bevor wir starten, geht mal auf eurem Handy runter in die Kommentare und postet den Emoji, der bei euch bei oft benutzt oder zuletzt verwendet, ganz oben links drin steht. Und dann schließt mal alle anderen Tabs und bleibt dran, denn mit dem könnt ihr am Ende vielleicht feststellen, was für ein Persönlichkeitstyp ihr seid. Schätzt mal, wie viele verschiedene Emojis es gibt. 100? 1000? Nope, es sind mittlerweile 3633 und jedes Jahr kommen neue dazu. Und sie erfüllen in unserer Online-Kommunikation eine wichtige Funktion. Emojis ersetzen unsere Körpersprache. Also jetzt vielleicht nicht alle. Ich weiß nicht, was für eine Körpersprache das Zug-Emoji darstellen soll. Aber ohne Witz. In einem analogen Gespräch lächeln wir, wir nicken, runzeln die Stirn. Das sind alles wichtige Informationen für die Person, mit der wir sprechen. In einem digitalen Chat übernehmen Emojis diese Funktion. Tatsächlich sieht man laut einer Analyse in Gehirnscans sogar einen Unterschied, wenn wir einen Text mit Emojis lesen im Vergleich zu einem ohne Emojis. Emojis geben unserem Gegenüber Hinweise darüber, ob was zum Beispiel ironisch oder ernst gemeint war. Zum Beispiel Und wenn wir Emojis in unserer Sprache tatsächlich so benutzen, wie sonst Mimik und Gestik in einem echten Gespräch, dann liegt natürlich nahe, dass Emojis genauso etwas über uns aussagen, wie wenn wir in einem Gespräch viel lächeln oder halt nicht. Nur, dass es bei Emojis vielleicht leichter Missverständnisse gibt. Warum wir Emojis nutzen, ist also bei allen Menschen gleich. Wie wir sie einsetzen, nicht. Und das kann eben laut einigen Studien etwas darüber aussagen, was für eine Art Mensch ihr seid. Wie genau, das erkläre ich gleich. Aber vorweg, wie wir Emojis einsetzen, hat tatsächlich großen Einfluss darauf, was andere Menschen über uns denken. Ein Experiment hat gezeigt, dass man durch Emojis zwar als sympathischer, aber als weniger durchsetzungsstark und selbstbewusst eingeschätzt werden kann. Eine andere Studie legt nahe, dass Menschen, die Emojis benutzen, für gewissenhafter, offener oder umgänglicher gehalten werden, als die, die keine Emojis benutzen. Und wie wirken wir eigentlich, wenn wir aus Versehen den falschen Emoji schicken? Also, was verraten eure Emojis jetzt über eure Persönlichkeit? Menschen, die aufgeschlossener, also offener für Neues sind, nutzen zum Beispiel häufiger abstrakte Emojis, also den Zug zum Beispiel, statt klassische Smiley Faces. Das könnte man zumindest aus einer Studie schlossfolgern. Menschen, die extrovertierter, also etwa geselliger sind, nutzen lieber positive Emojis, sagt eine andere. Eine dritte Studie hat sogar versucht, mehrere konkrete Emojis mit Persönlichkeitseigenschaften zu verknüpfen. Bei diesen Emojis gibt's einen Zusammenhang mit Menschen, die verträglich sind, also beispielsweise kooperativ und mitfühlt. Bei diesen mit Leuten, die extrovertiert sind und bei diesen mit Menschen, die weniger emotionale Stabilität haben. Da wurde auch festgestellt, dass schüchterne oder emotional instabile Menschen Emojis eher benutzen, um nicht komisch zu wirken. Aber natürlich heißt das nicht, dass ihr direkt genau so seid, nur weil ihr gerne diese Emojis benutzt. Die Studien zeigen nur, dass es potenziell Zusammenhänge gibt zwischen diesen Persönlichkeitseigenschaften und euren Lieblings-Emojis. Wenn ihr euch da also nicht seht, gibt's immer noch das Buzzfeed-Quiz. Das erschreckte Gesicht, das Schreigesicht, den Shrug-Emoji, den Hund, die Ananas und das Eis und die Wasserpistole. Sensitivity. Oh, ich bin sensibel. Meine Top-Emojis sind übrigens diese hier. Also laut der Studien wäre ich extrovertiert und verträglich. Das kommt von der Richtung schon so ungefähr hin. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass ich mega extrovertiert bin. Ich bin auch ganz gern alleine zu Hause und will da niemanden sehen. Also wie gesagt, das sind nur Zusammenhänge und nicht absolute Wahrheiten. Wir haben euch in einem Community-Tab übrigens auch gefragt, was eure liebsten Emojis sind. Wenn ihr da beim nächsten Mal mitmachen wollt, denkt dran, zu abonnieren. Ganz oben bei euren Lieblings-Emojis, der tränenlachende Smiley. Den hatten über ein Drittel von euch. Die Community ist also eher extrovertiert. Oder introvertierte Leute nehmen einfach nicht so oft an Umfragen teil. Wir benutzen Emojis im Chat, um Körpersprache zu ersetzen und deutlich zu machen, wie wir etwas meinen. Emoji-Nutzung ist, wie Sprache generell, super individuell und verrät deshalb auch etwas über uns. Was meint ihr? Treffen die Ergebnisse aus den Studien auf euch zu? Oder ist euch das zu sehr wie Horoskope? Wenn ihr erfahren wollt, wie man andere Menschen nicht durch Emojis, sondern ihrer Mimik entlarven kann, schaut euch hier das Video von Psychologeek an. Und wenn ihr noch nicht genug Tabs offen habt, hier erklärt euch Sarah, ob's möglich ist, mit einem Bot befreundet zu sein. Und ich geh jetzt kochen.